Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu den dieswöchigen Goldhoofs News, die diesmal, ja, sehr kurz und knapp ausfallen. Neue Mitglieder haben wir gestern nicht zu begrüßen gehabt, aber ich habe wieder 5 neue Namen, die sich für kommenden Sonntag gerne bereithalten dürfen. Und zwar sind das die Lila West-Smith, die Johanna Shark Mountain, die Kathleen McStreet, die Kaylee Evening Bear und die Lana Heihill. Wenn ihr die oder derjenige seid oder die oder denjenigen kennt, dann schreibt doch in die Kommentare oder sagt denjenigen Bescheid. Wie gesagt, nächste Woche Sonntag zum Livestream um 18 Uhr Treffen bei Idris. Solltet ihr kein Interesse mehr haben oder ihr habt keine Zeit, dann schreibt mir das doch auch kurz in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß. Und im Endeffekt war das schon wieder alles für diese Woche. Diese Woche ist wieder keine Chance auf ein Clubtreffen, weil es ja die Gamescom-Woche ist, die sowas von pickepacke voll ist. Das ist ja, nächsten Samstag haben wir natürlich das Gamescom-Treffen. Das könnte man ja schon fast sagen, ist ein Clubtreffen. Nein, das ist natürlich ein Treffen für alle Leute. Und ja, das war es dann eigentlich schon wieder. An dieser Stelle nochmal die Bitte, tragt euch aktuell nicht im Forum auf die Warteliste ein. Die ist noch gesperrt. Ich werde sie noch so lange gesperrt lassen, bis noch circa, ja, 100 Spieler auf der Warteliste sind. Momentan liegen wir aber noch bei, ja, ungefähr 260. Also es wird noch eine ganze Weile dauern. Bitte schreibt bis dahin noch nicht, kannst du mich einladen oder kannst du mich in die Warteliste eintragen. Oder wenn ihr euch eintragt, wie gesagt, das ist dann auch, bringt nichts, denn die Warteliste ist noch gesperrt. Das an dieser Stelle und ja, das war es eigentlich schon von den dieswöchigen Goldhofs-News. Das war es schon. Viel mehr gibt es diese Woche nicht zu sagen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und die nächsten News gibt es nächsten Montag. Bis dahin. Tschüss.